Musik Aloha, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück zum Let's Play The Wolf Among Us Und ich kann es gar nicht mehr erwarten, ich will jetzt herausfinden, was es hier in Snow White ist, also machen wir direkt weiter Ah, da ist sie tatsächlich bei uns Was zur Hölle ist passiert da unten, Bigby? Abusieren einen Präsenz oder so Ich dachte, du bist tot, Snow Und das macht es okay? Ich hoffe, das war die Zeit Ich hoffe, das war die Zeit Okay, du musst wせて all das zu erklären, weil ich noch nicht mehr über die Zeit Nach einer Konversation in der Taxi letzte Nacht, ich habe eine Anrufe von Toad. Er sagte, dass sie ein Körper gefunden haben. Wir denken, es war Faith, während der Zeit. Er hat sie zurück hier nicht einfach. Aber hoffentlich, wir finden etwas an sie, um uns zu schrauben, die Verkaufung. Oder zumindest, um herauszufinden, wer sie ist. Ich bin froh, dass Sie sich um die Dinge beschäftigt haben. Danke. Wie jetzt? Sie haben irgendeine weibliche Leiche gefunden, aber warum sah die aus wie Snow? Was ist es? Ich bin froh, dass du nicht tot bist. Ich auch. Ich will nur auf den Boden zu kommen. Ich fühle nur... Was ist es? Ich fühle nur... Ich fühle mich... Ich fühle mich... Ich fühle mich... Ich fühle mich einfach wie ich. Und vielleicht ist das, warum sie gebeten wurde. Snow, das ist nicht deine Schuld. Aber sie sah wie ich einfach wie ich. Das kann nicht so sein. Wir müssen einfach herausfinden, wer das gemacht hat. Und warum sie glamouriert, um mich zu sehen. Ich bin... Ich bin... Das ist das, was es ist, richtig? So... Was ist unser nächstes Mal? Ich bin... 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 Ich werde nicht mehr eine Erangirrin sein für Crane sein. Ich will nur für dich, dass du aufhörst. Ich habe dir ungefähr verloren. Ich bin... Ich bin nicht deine, die verlieren. Ich bin... Oh, das war deutlich. Oh, das war deutlich. Ich bin... Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich bin nicht hilfreich. Ich kann mich selbst auswählen. Ich habe es seit Jahren gemacht. TJ ist in der Mitte wartet. Er war so erschreckt, dass er uns nicht viel erzählen würde. Auch jetzt. Er hat sich einfach nach einem bestimmten Punkt zu sprechen. Und... Er ist ziemlich schockiert. So... Ich versuche nicht zu... Du weißt... Ich selbst. Genau. TJ ist da oben. Ich weiß nicht, ob du ihn erst zu sprechen möchtest oder später. Aber lass mich wissen, wann du bereit bist, das Körper zu sehen. Ich... Ich will da sein. Buffkin? Hast du eine Sekunde? Natürlich, Frau Snow. Schade, diese können keine Mörder lösen. Na ja. Das ist wahr. Und das ist nicht notwendig. Ich weiß nicht, ob du das wert bist und ich nicht verliebt. Ich weiß nicht, ob du das wert bist. Aber das ist nicht möglich. Aber ich weiß nicht. Hm. Parfüm? Was mein ich hier bot Crane denn mit Parfüm? Ah ne, Snow. Leia Loa. Leia Loa? Hm. Hatten wir das nicht vorhin schon irgendwie mal? Also in irgendein... War das nicht in der ersten Episode? Leia Loa? Leia Loa? Ne, irgendwie doch nicht. Lots of money. Ja. Gut, wir reiben nochmal an der Lampe. Vielleicht... Ich meine, man weiß ja nie... Ich werde es, glaube ich, trotzdem jedes Mal machen, wenn ich hier in dem Büro bin. Jetzt erst mal mit Toad und TJ reden. TJ ist der... Ach, das ist der Kleine. Klar, TJ. Toad Junior. Oh, das ist genug. Mirra! Vanish! Cancel! Was zur Hölle machst du? Ja. 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 Ich mache nur mein Job, Toad. Ihr Job ist, um uns zu schützen. Das ist nicht was du hast. Das ist genug. Herr Toad, ich sehr schweig das Gefängnis, das hat dir gemacht, und dein Kind. Aber jetzt, wir müssen mit der Anfängerung weitergehen. Ich werde froh, mit dir zu sprechen, über deine Anfängerung später, aber du musst verstehen, wie urgent das ist. Wir müssen mit TJ sprechen. Das ist nicht vorbei, Bigby. TJ. Es ist okay. Sind Sie bereit, mit Mr. Wolf zu sprechen? Ich hätte noch mal eine Zigarre verbrennen können. Habe ich nicht gemacht. Ah, naja. Es ist okay. Du bist nicht in Ordnung. Du bist nicht in Ordnung. Just erzähl mir, was passiert. Ich war da, unter den großen Blocken. Und ich hörte, dasselbe. Und wenn ich das höre, ich muss nach dem Wasser gehen, und bleiben wirklich still und ruhig. Das ist richtig, Son. Wir sind natürlich mit ihm nett. Wir sind natürlich mit ihm nett. Aber sie hat nicht ihre Hände auf. Ich dachte, sie würde mich auch auf. Ich dachte, sie würde mich auf. Ich dachte, sie würde mich auf. Lachen. Ich dachte, sie würde das tun. Das ist weshalb du bist der Sheriff. Ja. Das ist meine Speziale Kraft. Ich weiß immer, wenn die Leute mir nicht sagen, die Wahrheit sagen. Ist es etwas anderes, du willst sagen? Bitte, nicht schuldig. Was ist es, T.J.? Ich... Ich bin nicht unter dem Wasser. Was? Ich weiß, dass ich es sollte. Aber ich hatte Angst. Und ich ging nach dem Topf wieder. Ich konnte es nicht helfen. Ich habe dich sehr spezifische Regeln. Du musst, dass du ruhig und ruhig sein kannst. Ich habe dich gesagt. Es ist gefährlich. Wenn jemand dich gesehen hat... Du bist nicht in Schwung. Du bist nicht in Schwung. Nicht in Schwung. Nicht in Schwung. So, du bist nicht unter dem Wasser. Ich weiß nicht, ob jemand mich gesehen hat. Aber jemand sagte, Stopp'n lachen. Und dann war ich Angst. Und ich war so lange, wie ich konnte. Warte, du hörst jemanden? Ja. Warum hast du uns gesagt? Ich wollte nicht in Schwung sein. Du hörst jemanden? Nein. Du hörst jemanden? Du weißt, wer es war? Nein. Nein. Das ist ja so. Nein. Okay, TJ. Ich bin entschuldigung. Nachdem ich zurückgekehrt habe, nie gab es jemanden. Und ich fuhr zurück. Das ist alles. Ich versuchte. Ich bin weg. Ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause. Ich bin nach Hause. Okay. Du gehst. Wahrscheinlich, ja. In a minute. Ja, in a minute. In a minute. Wenn du bereit bist. Und dann sagt noch einer, der große böse Wolf kann nicht mit Kindern umgehen. So, mit dem Spiegel mal reden. Hey, Mirror. Hallo, Bigby. Schön, dich zu sehen. Du wirst wahrscheinlich wussten, dass der Schnee die ganze Zeit lebte, nicht wahr? Wahrscheinlich so, aber der Moment hat übergebracht. Du hast nicht reichen, und du hast nie gefragt. Aber wie du weißt, bin ich ziemlich großartig. Ja, da haben wir noch ein paar mehr Fragen an den Spiegel. Spieglein, Spieglein. Immerhin, das war ein Reim. Ja, Woodsman betrinkt sich mal, ja. Das ist hilfreich. Ja, genau. Ja, mehr kann ich mit dem Spiegel jetzt nicht machen. Ja, dann bleibt es jetzt nur noch übrig, die Leiche zu begutachten. Also, Snow White's Doppelgängerin. So, check out anyone, who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Always putting on a show for each other. Hm. Da haben wir Snow. Jo, dat weiß ich wohl. Okay, da war dann doch kein Hinweis mehr. Also jetzt dann doch zur Leiche. Also, I'd like you to get me some information on this neighborhood watch program that the Mundys have. I believe I already have some pamphlets on file. You want to go look at the body now? Die Mundys sind definitiv dann die echten Menschen. Ja. Oh my goodness, I almost forgot. Oh, Beweise. Komm schon. Ist der Körper zerstückelt, oder wie? Ist er in der Box drin? Fragen über Fragen. Witchingwell. Hm. Davon hat er ja vorhin schon gesprochen. Was ist denn das hier? Witchingwell. Ist das ein Wunschbrunnen? Heißt ja eigentlich Hexenbrunnen. Verhexterbrunnen? Hm. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Wunschbrunnen eigentlich, ne? So unendlich tief, etc. Er hat der Crane ja angedroht, Crane in den Witchingwell zu werfen. Hm. Ich weiß es nicht. Geht's hier rechts auch noch weiter? Nee. Ah, da ist der Körper aufgebahrt. So. Nix für schwache Mägen. Okay. Wow. I didn't realize I've never seen her face before now. You're gonna be okay. You don't have to stay. I want to stay. I'll be fine. It's just a little strange. The Glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Tja, erstmal den Kopf untersuchen. Check her mouth. There might be a ribbon in there. Like before. Nein, da ist nichts drin. Anything? Nothing. Can you... Close her mouth. Thanks. So, die Schnittstelle. So, die Schnittstelle. So, die Schnittstelle. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Did Dr. Swinehart ever get back to you about faith? No. He said he wanted to run more tests. Und die Brosche. That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No. Nothing I've seen before. She got your perfume right. How would she know? How do you know, what perfume I wear? You can't fool this now. Also, I saw the bottle on your desk. Do you see that? Could be a bruise. Yeah. Kann sein, dass sie gefürgt wurde. Tja, das war's dann wohl. Ah, da unten. Was haben wir denn da? Das sind auf jeden Fall Kratzspuren. Ach nee, hier steht Rope Mark. Also klar, das Seil war ja die Gewichte dran gebunden. Ähm, aber die Zeit ist vorbei. Tja. Da müssen wir uns den Rest der Leiche wohl in der nächsten Folge angucken. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Euer Amano. Bis dahin.